Karl May Die Liebe des Ulan Kapitel 27 Er hatte seine Fassung wiedergewonnen und blickte den Deutschen finster an. Dieser hielt den herausfordernden Blick gelassen aus und antwortete lächelnd, »Sie irren, haben Sie einmal etwas vom Erdspiegel gehört, in welchem derjenige, der es versteht, alles sehen kann, was er will, selbst die tiefsten Geheimnisse eines Menschen?« »Unsinn und abermals Unsinn!« Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen. Ich wollte sehen, was Sie taten, und blickte in meinen Spiegel. Da sah ich Sie durch eine Stelle der Täfelung in das Gemach des Direktors treten. Ich sah Ihnen das Geld aufzählen. Ich sah Ihnen das Bankett ausstellen. Ich sah Sie dann am Schreibtische sitzend das Bankett ausfüllen. Ich sah Sie dann in den Hintergrund des Zimmers treten, während er am Schreibtische las, was Sie geschrieben hatten. Ich sah, wie er dann nach der Leitung sprang, wie in Ihrer Hand der Schuss aufblitzte, wie Sie das Bankett so legten, dass es gesehen werden konnte, wie Sie in Ihre Wohnung gingen, um das Geld zu verbergen, und sich dann schnell umkleideten, um den Glauben zu erwecken, dass Sie soeben erst erwacht seien. Mein Erdspiegel zeigte mir die Leitung, darum fand ich Sie sogleich. Während dieser Worte war eine schreckliche Veränderung mit dem Alten vorgegangen. Seine Augen waren vor Angst eingesunken, seine Wangen erbleicht. Sein Schnurrbart hing trostlos hernieder, und er selbst war auf einen nahen Stuhl gesunken. Dieser Deutsche schilderte den Hergang so genau, als ob er selbst dabei gewesen wäre. War die Geschichte vom Erdspiegel wirklich eine leere Sage? Ist's wahr, stöhnte er, ist's wahr? Vollständig wahr. Ich habe das alles nicht bloß gesehen, sondern auch gehört, Wort für Wort. Ich hörte die Versprechungen, welche Sie dem Direktor machten, die Erklärungen, welche Sie seiner Liebe zur Baronin gaben. Ich hörte, dass Sie ihn bereits am Vormittag mit ihr im Boudoir beobachtet haben. Ich hörte von der Gratifikation, mit der Sie ihn kirrten. Ich hörte alles, alles, bis der Schuss fiel, denn dann war ja nichts mehr zu hören. Oh, mein Gott, mein Gott! Und so sehe ich noch jetzt das geraubte Gut, welches Sie dort im geheimen Fache hinter dem dritten Kasten verborgen halten. Ein leiser Druck genügt, um die Feder zu öffnen. Soll ich es Ihnen zeigen? Er trat näher. Nein, nein, schrie der Alte entsetzt, indem er seine Arme abwehrend ausstreckte. Ich sehe sogar die Nummern der Noten, fuhr Müller fort. Sie sind 10468, 17391, 21869 und so weiter. Und darauf befinden sich die Anfangsbuchstaben der Firmen, von denen sie der Direktor erhielt. Fragen Sie selbst, ob der Erdspiegel ein solcher Unsinn ist, wie Sie sich auszudrücken beliebten. Da richtete der Alte seinen furchtsamen, angstvollen Blick auf ihn und fragte. Und das alles ist Wahrheit? Pah, zweifeln Sie immerhin daran, wenn Sie es vermögen, aber sehen Sie es wenigstens ein, dass ein deutscher Doktor Ihnen ebenbürtig ist. Sie haben mir gedroht, mich hinauszuwerfen. Nun wohl, so werde ich Sie zwar nicht hinauswerfen, aber hinausführen lassen, nämlich von den Sargenten der Polizei. Das Blut des Direktors schreit zum Himmel. Ich kann beweisen, wer sein Mörder ist und die Baronin soll den heimlich Geliebten gerecht sehen. Da fuhr der Alte empor. Nein, nein, nur dies nicht. Sie sind ein fürchterlicher Mensch. Was verlangen Sie denn eigentlich von mir? Sehr wenig. Ich verlange Ihre Unterschrift, dass Sie der Mörder des Direktors sind. Unmöglich, rief der Kapitän. Sehr möglich und sogar notwendig. Hören Sie mich an. Sie geben mir diese Unterschrift, welche Sie mit Ihrem Siegel sowohl als auch mit Ihrem Stempel versehen. Ich bewahre dieselbe auf, bis ich von hier abgehe. Scheiden wir im Guten, so erhalten Sie die Unterschrift zurück und niemand wird erfahren, was Sie taten. Scheiden wir im Bösen, so kommt die Schrift in die Hände der Baroness. Ich gebe Ihnen fünf Minuten Bedenkzeit. Sind diese verflossen, ohne dass Sie sich zu der Unterschrift bequemen, so lasse ich die Polizei kommen. Ich brauche meine Beweise gar nicht. Es genügt einfach die Tatsache, dass man die Noten bei Ihnen findet, während Sie in den Akten deponieren, dass der Direktor Sie unterschlagen habe. Also, fünf Minuten, Sie beginnen jetzt. Entscheiden Sie sich. Der Alte sah sich gefangen. Es half ihm kein Leugnen. Nur eine Rettung gab es, diesen Deutschen niederzuschießen, gerade wie den Fabrikdirektor. Die Hand des Kapitäns näherte sich dem Kasten, in welchem er seine Waffen liegen hatte. Da aber griff der Deutsche in seine Tasche, zog den Revolver hervor und drohte. Die Hand vom Kasten, oder ich schieße Sie nieder wie ein Hund, wie ein Raubtier, das Sie ja auch sind. Drei Minuten. Sie haben nur noch zwei. Ich scherze nicht. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich nicht eine Sekunde länger warte. Da griff der Alte nach dem dritten Kasten, um die Banknoten herauszunehmen. Er wollte sie vernichten. Dann gab es keinen Beweis mehr gegen ihn. Aber sofort stand Müller bei ihm und hielt ihm seine Hand. Halt! Mich überlisten Sie nicht. Sie haben noch eine halbe Minute. Dann klingle ich die ganze Dienerschaft zusammen. In deren Gegenwart dürfen Sie dann die Noten herausnehmen. Er aber nicht. Er blickte nach der Uhr. Fünf Minuten um. Nun? Sie sind ein Teufel, ächzte der Alte. Pah, was nutzt das ewige Fahnen denn? Ich warte nicht. Bei diesen Worten faßte er den Glockenzug und schellte. Da aber sprang der Alte auf und schrie in entsetzlicher Angst. Halt! Halt! Ich unterschreibe! Was ich diktieren werde? Fragte Müller. Ja, alles! In diesem Augenblick trat der Diener ein. Der Kapitän blickte voller Angst auf Müller, was dieser sagen werde. Der Deutsche wandte sich nach der Tür und sagte, Der Herr Kapitän lässt Ihnen sagen, dass ich als Erzieher des Baron Alexander das Recht beanspruchen kann, an der Familientafel zu speisen. Es ist also von jetzt an für mich dort zu servieren. Der Domestike verbeugte sich und schritt heraus, vor Verwunderung ganz wirr im Kopf. So etwas Unerhörtes war in diesem Hause noch nicht passiert. Auch das noch, rief der Alte. Ich wiederhole es, Sie sind ein Teufel. Und Sie, ein Satan, lachte Müller. Resonieren Sie übrigens nicht, sonst sehe ich mich veranlasst, nochmals zu klingeln und dann stehe ich für nichts. Sie werden das Blatt keinem Menschen zeigen? So lange wir Freunde sind, keine Menschen. Gut, so diktieren Sie. Er nahm einen Bogen Papier her und griff zur Feder. Müller diktierte folgende Zeilen. Ich gestehe hiermit ein, dass mein Fabrikdirektor kein Selbstmörder ist, sondern von mir erschossen worden ist. Die Banknoten, welche er nach meiner Aussage mir unterschlagen haben soll, hat er mir fünf Minuten vor dem tödlichen Schuss ausgezahlt. Autry, den 19. Mai 1870 Albin Richemont Kapitän Der Wortlaut dieses Eingeständnisses gefiel dem Kapitän nicht. Er widersprach. Er bat. Er drohte. Es half ihm nichts. Der Deutsche beharrte eisern auf seinem Vorsatze. Endlich hatte er das Papier unterschrieben und untersiegelt in der Hand. Da trat er zur Klingel und zog daran. Um Gottes Willen, was wollen Sie noch? fragte der Alte besorgt. Bleiben Sie ruhig, antwortete Müller. Ich beabsichtige nichts Ihnen Gefährliches. Und als der Diener eintrat, befahl er, Der Herr Kapitän lässt die gnädige Baroness und Mademoiselle Nanon zu sich bitten. Aber was sollen denn diese? fragte der Alte, als der Diener sich entfernt hatte. Sie sollen ihre Unterschrift rekognoszieren, antwortete Müller. Bei ihnen muß man vorsichtig sein. Sie könnten sonst alles ableugnen und für gefälscht erklären. Der Kapitän hätte den Deutschen erwürgen mögen, aber er mußte seine Wut verbergen. Im Stillen aber gelobte er sich Rache. Ich werde ihn beobachten, wenn er nachher geht, dachte er. Ich werde sehen, wo er das Papier verbirgt. Ich werde es mir holen und die Banknoten an einem anderen Ort verstecken. Dann habe ich ihn überlistet und er ist machtlos. Er brachte bei diesem Entschlüsse weder den Erdspiegel oder, was ja ganz dasselbe war, die vorsichtige Klugheit Müllers in Rechnung. Es dauerte gar nicht lange, so erschienen die beiden Damen, ganz begierig zu wissen, was der so seltene Ruf vom Kapitän bedeute. Sie waren erstaunt, Müller bei ihm zu sehen und ihr Erstaunen wuchs, als dieser sie anredete. Mademoiselles, ich stehe im Begriff, mir eine große Gefälligkeit von Ihnen zu erbitten. Der Herr Kapitän hat mir hier ein Revers ausgestellt, zu dessen Gültigkeit unbedingt erforderlich ist, dass zwei Personen bezeugen, dass Unterschrift, Siegel und Stempel wirklich von ihm stammen. Würden Sie die Gewogenheit haben, dies durch ein paar Worte und Ihre Unterschrift zu beurkunden? Gern, sagte Marion bereitwillig. Großpapa, du hast das geschrieben, untersiegelt und gestempelt? Ja, antwortete er innerlich knirschend. Aber ihr beiden dürft es nicht lesen. Gut, so legen wir etwas darauf. Sie bedeckte den Inhalt mit einem Papierblatte und schrieb dann zwei Zeilen. Als sie fertig war, schob sie die Schrift der Freundin hin. Diese unterzeichnete und las Marion vor. Wir haben geschrieben, dass diese Unterschrift nebst Stempel und Siegel in Wirklichkeit von der Hand meines Großvaters, des Kapitäns Albert Richemont, stammen, bescheinigen wir mit unserer Unterschrift. Marion de Saint-Marie, Nanon Charbonnier. Ist es so richtig? Ganz und gar, antwortete Müller, indem er sich verbeugte. Nehmen Sie unseren herzlichsten Dank. Sie sahen, dass Sie entlassen seien. Dennoch aber, fragte Marion der Deutschen, ich hörte von Alexander, dass Sie mit uns nach Thionville fahren? Ja, er hat mich, sozusagen, zu dieser Tour gepresst, antwortete er lächelnd. Uns ebenso, doch müssen wir dies schwere Leiden mit Geduld ertragen. Adieu. Als sie sich entfernt hatten, erhob sich der Alte und stand in der Überzeugung, dass er seinen Gegner doch noch betrügen werde, in stolzer Haltung da. Nun sind wir wohl fertig, fragte er. Ja, obgleich ich eigentlich noch im Sinne hatte, dafür zu sorgen, dass die Banknoten nicht verschwinden, sondern als Beweis zurückbleiben. Allein sie sind nicht mehr notwendig dazu. Ihre Unterschrift und diejenige der Damen genügen vollständig. So können sie gehen. Er wendete sich in imponieren, vollendeter Haltung ab. Müller aber blieb stehen und beobachtete ihn mit stillem Lächeln. Da wendete er sich rasch wieder um und fragte, Nun, ich denke, wir sind fertig. Allerdings, nämlich bis auf eine kurze Bemerkung. Ich bin überzeugt, dass sie mich noch immer zu niedrig taxieren. Ihre persönliche Haltung, ihr so schnell veränderter Ton, sind eine Unvorsichtigkeit, denn sie lassen mich vermuten, dass sie noch immer glauben, mich zu überlisten. Ich weiß, in welcher Weise dies einzig nur geschehen kann. Sie werden durch ein gewisses matt geschliffenes Glas beobachten, wohin ich das Papier lege und es mir dann stehlen. Sie werden ferner den Noten einen anderen Aufbewahrungsort geben, dann stehe ich macht und beweislos ihnen gegenüber und sie können mich wie einen Hund vom Hause jagen. Oder sie machen es noch kürzer. Sie schießen mir eine Kugel durch den Kopf. Das ist gründlich gehandelt. Da muß ich Ihnen nun leider sagen, daß ich Ihnen Schach und Matt biete. Ich fahre nachher nach Thionville. Von da aus geht eine Estafette mit diesen Papieren nach meiner Heimat, wo dasselbe heilig aufbewahrt wird. Widerfährt mir bei Ihnen hier das geringste Leid, so wandert das Papier zum Staatsprokurator. Was dann folgt, das können Sie sich ausmalen, nachdem ich Sie jetzt verlassen habe. Adieu, Herr Kapitän. Er ging, aber hinter sich vernahm er noch die vor Wut förmlich ausgekeuchten Worte. Hole dich der Teufel, dieses Geschöpf des Satans ist wahrhaftig allwissend. Kurze Zeit später fuhren die beiden Wagen vom Schlosser ab nach Thionville und Müller wurde wirklich von der Baronin eingeladen, in dem ihrigen Platz zu nehmen. Gegenüber dem Hause, in welchem Dr. Bertrand sein Domizil aufgeschlagen hatte, befand sich ein Gasthof, welcher, besonders von den Angehörigen des Mittelstandes, besucht zu werden pflegte. Dort hatte der Zauberer Abu Hassan mit seiner Künstlertruppe Wohnung genommen. Keiner von seinen Leuten wußte, woher der Chef eigentlich stammte und keiner kannte die Quellen, aus denen er schöpfte. Mochte die Einnahme eine noch so karge sein, Hassan hatte immer Geld, seine Mitglieder zu befriedigen. Niemand ahnte, dass er dieses Leben nur gewählt hatte, weil es ihn überall im Lande herumführte und ihm reichlich Gelegenheit gab, Nachforschungen anzustellen, ohne dabei auffällig zu werden. Es galt der Entdeckung eines Geheimnisses, der Rache eines Verbrechens. Er hatte jahrelang vergebens versucht, hatte bereits die Hoffnung aufgeben wollen und nun, nun stand er plötzlich vor dem Anfang des Endes. Untertitelung.com Vielen Dank.